Weil Sie gewinnen. Ja. War Ihr Selbstvertrauen auch so groß, als Herr Schwarzer noch im Rennen war? Jeder hat mal einen schlechten Tag. Sie haben also auf ein Favoritensterben gehofft? Ja, klar. Aber nicht im wörtlichen Sinne. Letztendlich ist der zweite Platz ja auch nicht zu verachten. Nein, nein, überhaupt nicht. Aber mit dem ersten Platz fährt man immerhin zur Trophäe nach Rams. Und dann gibt es ja noch weitere Geldwerte-Vorteile. Beraterverträge, Eventhonorare, Werbung. Wer war eigentlich der Mann, der gestern Abend die ganze Zeit um Sie herum war? Meinen Sie jetzt den Herrn Tilt? Ja, genau. Tilt. Er ist Produktmanager eines Buchverlages und möchte demnächst eine Weinsammler-Edition herausbringen. Ich soll dafür schreiben. Dann hat er ja großes Interesse daran, dass Sie gewinnen. Dem Mann kann geholfen werden. Und wollte genau das. Ich saß mit meiner Schwester im Musical-Raum und habe es anguckt. Und ich meinte, du schmerzt dich das nicht so, dass du da nicht auf der Bühne stehst und das machst? Das war für mich das Größte. Das war für mich das. Das war für mich. Bis zum nächsten Mal.